Hallo und herzlich willkommen zur 248. Folge von Space Engineers in der vierten Staffel hier auf MicroHazard TV. Ich begrüße euch zusammen mit dem Heiko. Hallo. Ich brauche hinten etwas höhere Federung, weil beim beschleunigen geht er ja hinten ein bisschen in die Knie. Ansonsten schleift er hinten schon. Wenn ich mit zehn Prozent beschleunige, also hinten zehn Prozent Federung, dann geht er beim beschleunigen hinten schon fast, also geht er vorne richtig hoch und hinten schon richtig weit runter. Ja. Du brauchst hinten wohl auch ein bisschen mehr Federung. Aber ich habe die mir schon aufs Dings gelegt, wirst du, aufs Kontrollfeld vorne, kann ich direkt die Hinterachse einfach einstellen. Ja. Ob beim Berg hochfahren, sollte man einfach mal hinten die Achse noch ein bisschen höher einstellen, damit da hinten mit dem Hintern ein bisschen höher ist. Ja, er kann auch durchs Gelände fahren, das ist ein Problem. Das schafft man offensichtlich auch. Bei dem Tempo würde ich mir nur Gedanken machen. Ja, wie schnell fährst du jetzt? Ja, ich habe 100 kmh eingestellt. Okay. Also das sind jetzt knapp 25 Meter pro Sekunde, die er macht. Kannst du aber direkt den kmh einstellen. Also ich würde bei dir definitiv nicht über 80 gehen. LKW halt, ne? Ja, genau. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken selber. Wo war die Stelle? Ich würde mal kurz aussteigen und gucken gehen. Brauchst du, hast du vorhin bei uns da Satira einzubauen, der alles nach oben zieht, oder wie hast du das vor? Ja, ja. Ich werde bei mir im Fahrzeug auch Satira einbauen. Der wird allerdings für meine Auswürfe sein, damit ich nicht ohne die Steine mitschleppe. Aber Steine können wir doch auch verarbeiten, Heiko. Und dann brauche ich es gar nicht. Ach, hier könnten wir aber auch unter einer Seite. Komm mal aus dem Auto raus, komm mal kurz gucken. Kannst du mal kurz mit... Bist du, oder? An der Klippe vorne. So, einmal hier geradezu, zum Beispiel hier, findet ja die Klippe an. Ja. Hier ein Stück rausgebaut, nur bis hier so etwa raus, dann könnte man hier gerade runter. Ja, nur, ist auch wieder gut gesagt. Naja, ist halt gar nicht so weit rausgebaut, aber... Oder, komm mal mit... Hier vorne auf dem Vorsprung. Und hier meinst du, komm mal nicht so gut hin, oder was? Und von hier aus, das ist auch halt, ein Stück rausbauen musst du sowieso, weil er unten halt ein bisschen weiter wird, aber auch ein Stück raus und dann runter. Genau. Hier ist halt der Punkt bei dem Vorsprung, er hätte ein bisschen weniger Höhe zu überwinden, mit ein paar Blöcke sparen Conveyor, aber hier ist halt diese Kante hier. Ach so, hier müssen also so eine Rampe runterbauen quasi. Naja, es würde vielleicht schon reichen, wenn man die Rampe, ich weiß nicht, mal gucken, wie steil die, wenn man die einfach nur wegbuddelt, so ein Stück. Mhm. Und wenn man rechtsklick buddelt, ist die ja auch relativ schnell weg. Ja. Müsste eigentlich auch ausreichen, um runterzukommen, deswegen. Ja gut, das würde ich wahrscheinlich eher bevorzugen hier. Ja, aber dann wird ja auch die Steigung, was die Conveyor angeht, ein bisschen kleiner, ne? Ja. Braucht man ein bisschen weniger Conveyor, außerdem ist das hier auch relativ gut, von der Steilheit her. Und ich glaube aber der Rest ist auch relativ eben unten, ne, dass du auch mit dem Auto langkommst. Ja ja, unten ist ja dann wieder so wüstenmäßig. Ja, hier unten kommst du perfekt einfach lang. Ja. Kannst du auch hinten in die große Wüste reinfahren. Du musst auf diese grünen Kanten hier ein bisschen aufpassen, die sind ein bisschen bergiger. Ja. Hier diese grünen Dinger dazwischen, die sind ein bisschen ruckelig. Ja. Aber alles was so braun ist, kannst du eigentlich problemlos fahren, dann kann man bis hinten in die Wüste fahren, quasi ins Stück. Na? So eine Art Halle bauen, so eine Art Unterstand fürs Fahrzeug, am unteren Ende, weißt du? Ja, unten auf jeden Fall, oben baust du doch eigentlich nicht. Nö, weil oben steht es ja an der Basis das Fahrzeug. Ja, ich will oben eine Plattform bauen, wo du das Auto draufstellst. Ja klar, muss ja, weil wir müssen ja eh ein Stück raus. Ja. So, dann kommen sie mal wieder hin. Tür mache ich zu. Kannst du dich setzen. Sauerstoff wird übrigens hier drin im Auto automatisch aufgefüllt bei deinem Anzug, ja? Ja. Weil er ja Sauerstoff im Raum hat. Ja. Mal, irgendwo ist da ein Fehler in meinem Auto. Fällt dir was auf? Mach mal Außenkamera. Ja, hab ich. Fällt dir was auf, wenn ich es lenke? Hinten links legst du nicht mit. Äh, jo, die eine Achse legst du nicht mit, ne? Warte mal, hat die Schaden genommen? Ich habe da vorhin auf eine Spinne geschossen. Ja. Warte mal, großes Rohr und das Rad ist nicht ganz intakt. Ach so. Gut, dass ich immer Material bei habe. Ja, ich bin auch gespannt, wie das bei meinem mit drei Lenkachsen wird. Natürlich immer Material bei habe. Ja. Ja, so ein bisschen Flickzeug sollte man schon dabei haben, ne? Ja. Ja. Ist gut, weil ich die Tür von innen, aber es lenkt auch wieder mit. Was auch mal grad sagen. Ja. Ich bin schon gespannt, wie das dann wird. Wenn wir da oben einen großen Container stehen haben. Und hier den großen Container frisst ihr sowieso mehr als die kleinen großen. Hier soll man aber auch so eine Art Boje hinsetzen, damit man weiß, wo man da hinfährt. Ja. Weil man ist dann hier sehr dicht am Abhang. Und wenn du hier falsch fährst, dann hast du echt Arschkarte. Hm. Dann müsst ihr quasi so eine Art Zaun bauen, so am Abhang entlang. Ja. Weißt du, so mit Rundumleuchten drauf oder irgendwas, weißt du, als Warnung hier. Könnte man eigentlich auch wunderbar machen mit, aber es sind so viele Einzelgrids dann. Weil ich würde das gar nicht verbinden, nur jedes einzelne, weißt du, einfach einzeln hinstellen. Ja. Einfach mit dem Fuß auf dem Boden, ein paar Blöcke drauf, Batterie ran, Solarzelle, Rundumleuchte, fertig, weißt du. So nach dem Motto. Oh, Sandsturm. Ja. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, ich fange jetzt schon mal die Rampe an, hier runter. Ja. Und du kannst dann wieder zurück weiterbauen, wenn du willst. Jo, das mache ich dann auch. Und da kommt gleich die erste Spinne wieder. Und die ersten Spinnen, mein Auto schießt wieder nicht. Ist ja schön. Ja, ich habe hier fast erwischt. Ja, ich habe hier fast erwischt. Los, raus mit dir, Heiko. Wo? Ja, die ist ungewöhnlich hier im Sandsturm zu fliegen, ne? Na ja, ist der Bojen. Ja. Weißt du nicht, warum mein Auto auch nicht Feuer hat? Das verstehe ich nicht. Ich müsste jetzt nur sechs Batterien schmeißen, drei große Container und Verbinder. Ja. Warte mal. Jetzt werde ich rabiat. So. Tür zu. Jetzt nehme ich die Gettlings unten in meine Werkzeugleiste mit rein. Steuerung. Ja, von beiden aber bitte. Steuerung. Kann ich nämlich wechseln. Entweder die Seite oder andere Seite. Mhm. Mal gucken, welche jetzt welche Seite ist. Die Steuerung ist jetzt ein bisschen merkwürdig, weil die ja schräg dran hängen. Ja. Jetzt kommen natürlich keine Spinnen. Weißt du, jetzt wo ich in der Gettling sitze, kommen natürlich keine. Machen die mit Absicht. Jetzt feuert die andere da drüben gerade. Jetzt wo ich sie selber steuern will, feuern die. Warte mal. Bei den Gettlings, die Dings aktivieren, die Bewegung bei Inaktivität, obwohl die ist eigentlich nicht. Das fängt sogar an. Warum bewegen die sich nicht? Eigentlich müsste die ganze Zeit so selber so ein bisschen rumdrehen eigentlich. Komisch. Auch immer so merkwürdig war, warum sie nicht groß agieren. Keine Ahnung. So. Okay. Rampe. Problem ist, lässt sich schwer Rampe bauen, wenn du ständig von Spinnen attackiert wirst. Das ist ähm. Ja. Jetzt feuern die Gettlings wieder. Jetzt machen sie wieder hier gerade. Was praktisch ist, weil dann brauche ich mich nämlich nicht drum kümmern, weißt du. Deswegen habe ich ein Fahrzeug. Oh Gott, da sind viele Spinnen dran. Ich weiß gar nicht, was sie gegen uns haben. Wir machen doch gar nicht. Ich auch nicht. Wir sind so friedlich. Boah, der jetzt wieder einer erschossen. Gott liegen gerade viele rum. Es ist aber schön, dass sie gerade so schön herrschen und Komponenten und Computer liefern. Ja. Ja. Hat er ja auch schon mehr bekommen würden. Die fern die aber nicht. Alle. Ja, gestiegen, ob ich eine gekillt habe. Hm. Ah, hat ja auch schon öfter. Ja, ich weiß. So, jetzt kamen mal eben 129 Computer, 4 Motoren und 35 Hefter und Komponenten. Boah. Alles da. Ja. So, ich brauche aber ein paar Stahlplatten. Oh, ich muss meine Flaschen auffüllen, sehe ich gerade, man hat zwei Flaschen. So, wie das Auto gerade steht, komme ich nur schlecht zu Fuß durch die Tür durch. Mhm. Ja, weil es so schief steht. Ja. Er muss dann echt mit einem Jetpack durchfliegen, weil durchgelaufen kommst du nicht wirklich. Hier kommt man durch Stein eigentlich auch Panzerglas? Also durch Stein und Silizium? Ja, durch Stein und Silizium kannst du Panzerglas machen. Ja, deswegen. Das geht. Ich habe mich keine Bock, hier nachher eine Silizium-Ader suchen zu müssen. So, das ist jetzt das. Ich brauche heute auch noch einiges an Panzerglas. Lokales Gitter. Schwerkraftausrichtung. Okay. 45 Grad Winkelrampe geht noch? Ja, wa? Ja, schätze schon. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Würde ich jetzt auch mal sagen, dass das noch gehen müsste. Ja. 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 Wenn ich jetzt höher setze, habe ich noch eine Konvererverbindung dran. Sollte eigentlich klappen. Ja. Probier's mal aus. Ähh. Obwohl da muss noch etwas höher, ne? Ein bisschen zwei-Block-hohe Stufe hin. Ja. Obwohl, weißt du was? Ich mache eine etwas flachere Rampe. Das ist mir super. Weißt du? Ja. Die Rampe ist nicht so lang, die kann man auch bauen. Weißt du? Die kann man auch richtig bauen. Das ist ein Problem. So lang wird die ja dann nicht. Die wird ja nicht bei weitem so lang wie die andere. Ja, die liegt ja nur ein ganz frühes Stück da. Oh, der Sturm ist wieder vorbei. Zum Glück. Ja. Ja. Ja, ich werde ein Auto hier später wahrscheinlich echt um den Kolben runterlassen müssen. Anders kriegt's wahrscheinlich nicht runter. Ja, wäre zumindest sicherer. Ja, er schwebt ja hier. Sag ich mal. Ja, ich hatte das Problem jetzt, ich hatte jetzt die Voyager mal was getestet, ne? Letztens, da ich ein bisschen rumgebaut hatte wieder. Und hab dann mal geguckt, ob meine Fahrwerke noch so funktionieren, wie sie aktuell gesetzt sind mit dem, was ich schon drumrum gebaut hab und so. Ja. Da hatte ich das Problem, was Nils hatte, dass das Fahrzeug dann, dass das einfach dann so, ja, so schlagartig runtergesetzt wurde, weißt du? Oder dass er das mit einem Ruck plötzlich einfach total alles kum und schief gemacht hat. Ist zwar nichts kaputt gegangen oder so, ne? Aber er hat das irgendwie so ganz komisch dann gemacht. Aber das ist wieder die Spielmischheit, die er wieder vorig spielt. Ist einfach mal sehr ärgerlich dann, weißt du? Aber eigentlich funktioniert das so. Und das Spiel hat dann immer mit einem Problem, weil vielleicht das Grid zu groß ist oder irgendwas, weißt du? Und... Mhm. Okay, kann sein, dass die Rampe doch ein bisschen steiler wird. Okay. Dass ich zwischendurch doch ein steil... Weil das wird sonst lang. Ja. Weil das ja unten auch weiter abschüssig ist. Mhm. Würde sie sonst... Ja, oder ich müsste sie weiter hinten schon anfangen. Ja. Oh, Energy Low. Oh, ne Spinne. So. Eine tote Spinne. Ähm. Oder ich fange sie ein bisschen weiter hinten schon an, die Rampe, ne? Ja. Ich hatte ja ursprünglich vor, für mal Schüsse und Transportschale zu bauen, ne? Ich glaube, das kriegt bei der Größe jetzt vergessen. Mhm. Brauche ich ja ohne Ende Triebwerke, ey, um das Teil zu heben. Ja. Aber ich bezweifle, 45 Grad Winkel ist schon heftig für den Fahrzeug, ne? Ja. Hätte ich vor allem Angst, dass die sonst nach hinten überkippen, wenn die zu schwer sind. Mhm. Alles möglich, so. Was ich jetzt brauche, ist ein Sauerstoffgenerator. Ich brauche... ...einen Survival Kit. Das sind die beiden Sachen, die ich jetzt hier einbauen muss. Was man einfach machen sollte, statt von oben nach unten zu bauen, Ja. Äh, Türhöhe müssen nach vier sein, ne? Geht nicht auf drei, ne? Hoch muss vier sein, ne? Hoch muss vier sein, ne? Okay. Ich baue euch von unten nach oben. Hallo Spinnen! Hiergeblieben wird nie abgehauen. Wird nicht wieder verkrochen im Boden. Hehehe. Ja, ab und zu tut meine Gärtlin da oben hoch eine wegschießen, aber... Wie er grad Lust hat. Ja. So, von unten nach oben ist nämlich viel besser. In die Richtung zu bauen. Macht ja viel mehr Sinn. Ja. So. Gravitationsmodus. Genau. Oh, wir haben grad zufälligerweise... Wir haben deswegen grad aufnehmen grad ein Abo bekommen übrigens. Oh. Gut, aber das Overlay ist nicht an und deswegen sieht's auch keiner jetzt grad. Aber man hat's gehört. Hehehe. Das Haul ist dann nicht getrennt wegschalten, ne? Nee. Guck mal nachher. Gibt's schlimmeres. Ja. So. Also nach mal Gravitationsmodus... Ah. So. Äh, dann... Also ich brauch jetzt... ...ein Survival-Kit. Warum was denn? Boah, diese Spinnen, ey. Bin ich grade unten? Jetzt kommen natürlich hier auch Spinnen die ganze Zeit. Ja. Da haben wir das Survival-Kit. Und ich brauch einen Sauerstoff-Generator. Drei Spinnen auf einmal gekillt, grad gleich wieder. Gott. Hör mal, diese Spinnen. Vier Spinnen. Vor allem jetzt blockieren die mich wieder. Das kann ich mir nicht weiterbauen und die hier gerade rumliegen. Ja. Verschwindet. Kann ich die wegflexen? Gute Frage. Ich glaube nicht. Nein. Survival-Kit hat für das kleine Grid nur einen großen Anschluss, ne? Survival-Kit für das kleine Grid, ja. Einen großen und zwei kleine. Ja, genau. Aber Survival-Technisch brauchst du an sich eigentlich nur die kleinen. Weil Wasserstoff und Sauerstoff kannst du auch über die kleinen machen. Ja, das ist mir bewusst. Aber es geht mir grad, weil ich den als Durchgangsverbindung für meine große Karolähe eigentlich nutzen wollte. Ne, das geht dann nicht. Ne, weil ich da halt nicht die Gatling anschließen wollte, ne? Naja, ne. Das geht dann so nicht. Das wäre ein bisschen zu einfach, Heiko, ne? Ja. Das fällt mir jetzt auch rein. Sonst hätte ich das auch besser funktioniert, Heiko, in meinem Auto. Das wäre halt auch das Problem mit dem Um-Muddeln. Hm. Der Energy oder der Sauerstoff-Granator, da hat natürlich auch nur einen großen. Heiko funktioniert schon, wenn ich es so wie ich es haben wollte. Hm. Wir kommen im Club. Das kommt mir sehr bekannt vor, Amma. Ja. Gut, liebe Leute. Aber die Folge ist auch schon wieder zu Ende und deswegen sehen wir uns, wenn ihr mögt, morgen zur nächsten Folge, ne nicht morgen, übermorgen zum nächsten Livestream wieder. Wir verabschieden uns für heute von euch, wünschen euch noch einen schönen, schönen Restabend, Restfreitag, genießt das Wochenende und am Sonntag kommt dann wieder ein Livestream von uns. Also von Spaceman, wenn da was zu sagen. Es regnet übrigens schon wieder, ne? Ja. Bei dir auch? Ja. Ja. Immer wieder Thunderstorm. Ja, wir haben offiziell Thunderstorm, ne? Okay. Gut, ich habe mich aber hier am Auto dann ausgeklinken, gar nicht erste Bars zurückkommen. Ich habe euch auch ein Swabekitzleck hier alles ab und... Ja. Gut, dann verabschieden wir uns für heute. Wie gesagt, sagen schon tschüss und wie immer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schuss. Schuss. Lasst keine